Hallo DSP-DXE mit einer weiteren kleinen Ankündigung. Nachdem es in der ersten Übertragung ja verhältnismäßig gut gelaufen ist, würde ich... Beziehungsweise habe ich Lust, gleich noch eine zu machen. Und erneut findet diese am Samstag um 19 Uhr statt. Und erneut lautet das Ziel, die Battletrips zu sammeln. Mittlerweile haben wir 210 in unserer Bibliothek. Das heißt, da fehlen nur noch gerade mal 40. Das ist eigentlich nicht viel. Und ja, dann schauen wir mal, wie das so verlaufen wird. Die üblichen Informationen wieder in der Beschreibung des Videos. Und ja, mal schauen, ob ich diesmal auch wieder jemanden dabei haben werde. Ich denke ja. Und ansonsten würde ich mich wieder freuen, wenn ihr dabei wärt. In dem Sinne sieht man sich beim nächsten Videoprojekt oder eben kommenden Samstag um 19 Uhr auf Twitch. Ich bin Xie, bis dann Leute. Ciao. Ich bin Xie, bis dann. Ich bin Xie, bis dann. Ich bin Xie, bis dann.